Hallo bei Holzwerken TV. Eine Kugel ist eine perfekte Form und immer wieder eine Herausforderung für einen Drechsler. Ganz besonders, wenn sie in einem so dekorativen Holz wie hier zum Beispiel einer gestockten Buche hergestellt wird. Wie das mit einer Kugeldrehvorrichtung geht, das zeige ich Ihnen in den nächsten zwei Videos. Die Kugeldrehvorrichtung besteht aus zwei Teilen. Zunächst mal hier die Basisstation der Kugeldrehvorrichtung. Und wenn wir uns die mal von unten anschauen, dann sehen wir hier einen kräftigen Zapfen. Dieser Zapfen greift exakt hier in das Bankbett ein und zentriert somit die Kugeldrehvorrichtung exakt auf die Achse der Drehbank. Des Weiteren haben wir hier zwei kräftige Beilagscheiben. Deren besondere Form ist ermöglicht, die Basisstation hier von oben in das Bankbett einzusetzen. Und wenn wir jetzt diese Scheiben um 90 Grad drehen und die Muttern anziehen, ist die Kugeldrehvorrichtung absolut zentrisch auf der Drehbank befestigt. Man sieht jetzt hier sehr schön von oben die Hauptachse der Kugeldrehvorrichtung, die jetzt natürlich sehr exakt auf der Drehbank ausgerichtet ist. Das ist nötig, damit die Kugel eben später auch eine Kugel wird. Zur groben Voreinstellung kann man hier noch die Schraube lösen und je nach gewünschter Kugelgröße mal grob voreinstellen. Das Oberteil der Kugeldrehvorrichtung, die eigentliche Schneidstation, wird hier mittels dem Zapfen in die Basisstation eingeschoben. Hauptbestandteil dieser Schneidestation ist hier vorne ein Tassenstahl. Damit dieser dem Holz zugeführt werden kann, habe ich nochmals zwei Möglichkeiten. Zum einen hier eine Schnellfeststellung, die ich hier mit dieser Sternschraube arretieren kann. Zum anderen hier mit dem Handrad eine Feinzustellung, mit der ich die Kugel dann millimetergenau andrehen kann. Hier oben haben wir nochmal eine Schraube. Sie dient eigentlich zur Befestigung dieses Schutzschildes, den wir hier jetzt wegen den Filmaufnahmen ausnahmsweise weglassen. Sie würden sonst nicht sehr viel sehen. Also legen wir den heute mal auf die Seite. Um die Kugeldrehvorrichtung jetzt genau zu justieren, benötige ich schon einen Rolling. Bei größeren Kugeln macht es durchaus Sinn, diese schon etwas vorzubereiten. Das heißt also schon mal rund zu drehen, die Kanten abzunehmen. Da tut sich die Vorrichtung auch etwas leichter. Der vorbereitete Rohling wird jetzt hier in der Drehbank befestigt. Und angespannt. Man beachte hier diese langen Achsen. Ich habe hier also eine MK2 auf MK2 Verlängerung. Vorne wieder der Mitnehmer eingesteckt. Und hier auf der anderen Seite habe ich die Pinole entsprechend weit ausgefahren. Ich brauche diesen Platz, damit die Kugeldrehvorrichtung auch sauber arbeiten kann und sauber schwenken kann. Auf dem vorbereiteten Rohling habe ich auch bereits schon den Äquator angezeichnet. Und an diesem Äquator kann ich jetzt die Kugeldrehvorrichtung sauber ausrichten. Das heißt, ich fahre mal hier den Stahl etwas nach vorne, richte es schön sauber im rechten Winkel aus und richte jetzt meinen Tassenstahl hier mittig an den Äquator aus. Jetzt kann ich hier die Befestigungsschrauben der Basisstation anziehen. Das sind die mit den Beilagscheiben da unten dran. Damit die Kugeldrehvorrichtung weitgehend vibrationsfrei arbeitet, schaue ich, dass ich kurze Achsen habe. Das heißt, dass die Befestigungspunkte alle so dicht wie möglich aneinander sind. Das heißt, ich schiebe alles so weit zusammen, wie es irgend geht. Hier habe ich jetzt den Hauptarm ganz nach vorne geschoben, hier sogar bis Anschlag und ziehe den jetzt hier mit dieser mittigen, mit dieser Zentrumschraube fest. Dann können wir hier mit der Schnellfeststellung so weit zurückgehen und dann können wir schon mal einen trockenen Probelauf machen. Dann müssen wir noch ein kleines bisschen weiter zurück. Und so müsste das dann auch schon funktionieren. Ja, wenn dann alles festgezogen ist, dann kann man im Prinzip auch schon anfangen. So, ich schalte mal die Maschine ein. Ich habe jetzt etwa 1000 Umdrehungen bei 16 cm Durchmesser. Da gehen wir mal ganz vorsichtig an die Ecken ran. Durch diese Kreisbewegung und die Rotation der Kugel oder die Rotation des Holzes entsteht die Kugel. Bis diese Kugel jetzt fertig ist, sind natürlich noch viele Arbeitsschritte notwendig. Diese zeige ich Ihnen in der Fortsetzung dieses Videos. So, ich kann auch gerade ein paar Kugelsen schlzen. Ich schalte diese Kugel, wenn das ist. So, ich habe noch ein paar Kugel in der Kugel. So, ich habe es geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017